Gott, unser Vater, du hast uns mit dem Heiligen Brot gelehrt und in Christus zu einem Leib verbunden. Er hat uns zuerst gelegt, gibt, dass uns nichts von seiner Liebe trennen und wir nach dem Beispiel der Heiligen Märtyrer Dionysius und seiner Gefährten in der Anfechtung standhalten. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Möchte ich gerne mit euch die Winterreihe zum Heiligen Dionysius beten, in die wir all unsere Sorgen und Anliegen hineinbringen. Möchte ich gerne mit euch. Gott, Sohn, erlöser der Welt. Gott, heiliger Geist. Heiliger Beifall, der Gott. Heilige Maria. Heiliger Dionysius. Du beispielhafter Nachfolger des Herrn. Du Gesandter des Heiligen Vaters. Heiliger Geist. 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 des karlischen Volkes, du wunderbares Vorbild und Schubspatron unserer Pfade, du standhafter Verteidiger der Wahrheit, du treuer Zeuge Jesu Christi, du treuer Bekenner des dreifaltigen Gottes, du Mitbegründer des christlichen Neuropas, du unerschrogener Blutzeuge, du heiliger Gantler, du heiliger Schutzpartner unserer Pfade, du starker Hilfer und Beistand, du Freund Gottes und unser Freund, du leuchtender Stern unter den Heiligen, du wunderbarer Fürsprecher im Himmel, du mächtiger Nothelfer, du Helfer im Top-Leiden und schweren Antrieben, du Ratgeber in Gewissensängste, du Beistand in Glaubenswölten und Leidvollen Kämpfe, du Hoffnung der Katholiken Europas, du mächtiger Fürsprecher in all unseren Räten, bitte, 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 Lasset uns beten, gütiger Gott, du hast uns den Heiligen Pionisius als wunderbares Vorbild und Schutzpatron unserer Pfade gegeben, wir bitten dich, lass ein kostbares Naturium auch für uns fruchtbar werden, bitte, 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 unterstützavia, du hast, Reili, Ye neun, die wir interVertig und Kindlichkeit verwehren und gib uns auch seine Mühursprache, deinen köptlichen Segen und Schutz, durch Christus unseren Herrn. Am Dienstag sollten wir auch den Heiligen Herz in der Kirche anrufen. Gleich am Anfang in der Kirche. Heiliger Herz in die Kirche, verteidige uns in die Hand, binde die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels, seien wir zu Schutz. Gott, gebiete ihn, so bitten wir dir, nur der Fürst der Himmlischen, die Erstaunen, stoße den Satan und die Hand deiner grüßen Geister, blüht in der Welt und reagieren, um die Seelen zu verterben, nur durch die Kraft Gottes in die Hölle. Amen. Der Herr seid ihr euch. Amen. So segne und behüte, stärke, geleite und erleuchte, heile und befreie euch von allen euren Binnen, heute besonders auf die Ursprache des Heiligen Dionysius, der allichtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehe dir in Frieden. Amen. 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 Vielen Dank.